Ich bin der Herbert von Ritten, als Sozialdiener und habe mich damals beim Weißen Kreuz gemeldet, habe die Kurse abgelegt und bin jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre in Sozialdienst tätig. Erlebnisse gibt es viele zu erzählen, ein ganz besonderes habe ich den letzten Sommer erlebt, deswegen habe ich vor dem Nierenzentrum in Potzen auf einen Patienten gewartet, noch ist ein italienischer Herr des Weges gekommen und hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt wo ist jetzt in Austria Roy, hat mir die Hand gedrückt und ist weitergegangen und das war ein Erlebnis, das werde ich sicher mein ganzes Leben nie vergessen. Mitnehmen tut man unglaublich viel, wenn man die Dankbarkeit für die Patienten erlebt und die Teamwork, was in Weißen Kreuz ist und auf jeden Fall ist es schön da zu arbeiten, es ist wie in einer großen Familie, du kommst zum Weißen Kreuz, helft sie uns, das wird sich sicher nicht bereuen. Untertitelung des ZDF, 2020